Vor zehn Jahren wurde ein kleiner Junge geboren. Wie gefällt dir Toni? Toni. Ja. Toni ist ein Glückspilz. Sein Vater ist der beste, der klügste und der lustigste Vater auf der ganzen Welt. Doch plötzlich wird alles anders. Die Königin. Ich soll Minister werden. Die Königin und ihre Minister. Das sind die wichtigsten Menschen des ganzen Landes. Hat dein Vater noch gesagt, wann er nach Hause kommt? So lange? Wir hatten eine Besprechung, so was dauert. Fehlt doch nichts. Ich bin gleich wieder da, Toni. Der Ministerrat ist nur für Minister. Toni will ihn zurück. Ich vermisse Papa. Denn für was hat man einen Vater, der nie da ist? Könnten Sie wohl meinem Vater sagen, er soll wieder nach Hause kommen? Ihr seid alle eingeladen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Zur tollsten Geburtstagsparty des Jahres. Toni Ten. Ich for the beat. Hurra! Demnächst im Kino. Erlich im Kino. Aus Ciao. Vielen Dank.